Ich bin Björn Pankratz, ich arbeite bei Piranha Bytes jetzt schon so zehn Jahre. Mein Name ist Philipp Krause, ich arbeite jetzt seit vier Jahren bei Piranha Bytes. Ich bin Michael Hoge, Game Designer und Projektmanager bei Piranha Bytes. Meine Aufgaben sind Projektleitung, Game Design, Story Design und ich schreibe auch einen Großteil der Dialoge. Ich habe dann in Risen auch die Tätigkeit des Leitungsprogrammierers angenommen. Alles was an Spielfeatures und solchen Geschichten, das Setting, die Welt, wie die aufgebaut ist, dass alle Fäden zusammenlaufen hinterher zu einem fertigen Ding, das ist so meine Aufgabe. Bevor wir angefangen haben Risen zu entwickeln, haben wir an der Gothic-Reihe gearbeitet und vor allen Dingen die Arbeit an den ersten beiden Titeln hat uns, glaube ich, einiges gebracht in der Entwicklung von Risen. Ich kam zu Piranha Bytes, da war Gothic 1 noch im vollen Gange. Man sagte uns damals, ja, komm mal zu uns, teste mal ein bisschen und noch drei Monate und dann ist das Ding im Kasten, kein Problem. Also wenn du schnell kommst, kriegst du noch was mit von Gothic 1. Ich glaube, anderthalb Jahre später waren wir dann fertig. Es war eben Zeit für ein Spiel, was so funktioniert hat wie die alten Ultima-Teile, das wie gesagt unser großes Vorbild war. Und dementsprechend haben wir daran geglaubt, dass genau so ein Spiel auch Anklang findet. In welcher Höhe, mit welchen Verkaufszahlen, in den Dimensionen habe ich damals gar nicht gedacht. Ich wusste gar nicht, wie oft sich so ein Spiel verkauft oder verkaufen muss, damit die Millionen, die irgendwer da reingesteckt hat, wieder rauskommen. Ich habe einfach nur ein gutes Spiel machen wollen und habe daran geglaubt, es wollen schon genug Leute haben. Ich glaube, ich habe da noch in anderen Dimensionen gedacht. Das war vor zwölf, dreizehn Jahren oder so. Risen ist ein Spiel, was vom Gameplay her der Gothic-Serie sehr ähnlich ist, wie ich denke, mit Schwerpunkten auf Exploration, also die Welt zu entdecken. Man hat unheimlich freie Wege, man kann überall hingehen, zu jedem Zeitpunkt. Genau dieser Aspekt, der wurde von uns meiner Meinung nach in Risen verbessert. Es gibt noch mehr zu entdecken, noch mehr, was der Spieler machen kann, noch mehr interessante Items, die er finden kann. Aber an irgendeinem Punkt muss man durch ein Nadelöhr. Das heißt, man spielt sehr lange, man kann die komplette Insel bereisen und so weiter. Aber irgendwann entscheidet der Spieler dann auch selber, okay, jetzt ist genug, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt möchte ich, dass die Geschichte weitergeht. Und ab da kann man dann halt entsprechend die entsprechenden Charaktere finden. Die haben dann auch erklärt werden, wo man dann hingehen muss, um dann weiterzumachen und so weiter. Und dann wird die Geschichte in Kapiteln dann weitererzählt. Dass der Held in Risen keinen Namen trägt, ist natürlich zum Teil abhängig von der Historie der alten Gothic-Teile. Das ist eine Angewohnheit von uns, aber es gibt eine Überlegung dahinter. Und die steht auch hier wieder an derselben Stelle, nämlich, dass wir möchten, dass der Spieler sich mit dem Helden identifizieren kann. Dass der Spieler, dass der Held sozusagen nur ein Gefäß ist für die Identifikation des Spielers. Die Geschichte von Risen ist ja die, dass der Held am Anfang am Strand einer Insel angeschwemmt wird, die er überhaupt nicht kennt. Und er muss sozusagen erst mal zusehen, wo er bleibt und erst mal erforschen, wo er überhaupt ist. Und er hat natürlich einen Hintergrund. Er ist als blinder Passagier an Bord des Schiffes der Inquisition gegangen. Aber warum er die Insel verlassen hat, warum ist er als blinder Passagier an Bord gegangen? Diesen ganzen geschichtlichen Background des Helden, den haben wir bewusst weggelassen. Und damit eben auch den Namen. Also wir wollten den Helden sozusagen als unbeschriebenes Blatt präsentieren, mit dem sich der Spieler dann, wenn er möchte, identifizieren kann. Wo er sich seine eigenen Gedanken dazu machen kann, warum und aus welcher Motivation er handelt. Macht man einen bösen Charakter, der Spieler möchte gut spielen, passt es nicht. Umgekehrt passt es nicht. Je weniger an der Stelle da ist, unserer Meinung nach, desto besser. Man kann das sicherlich auch anders machen. Es gibt Spiele, die das anders machen und auch gut machen. Aber das war der Weg, den wir bis jetzt immer gewählt haben. Das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Piranha Bytes ist im Ruhrpott. Und wir haben auch Ruhrpott-Humor, deutschen Humor, den wir in die Dialoge einfließen lassen. Manchmal auch derbe Sprüche und so. Und das gefällt den Deutschen sehr gut. Wir sind da gut mit angekommen. Da haben wir Glück gehabt, dass gerade unsere Sprache und unser Witz irgendwie und unseren Humor irgendwie ankommt da draußen. Hätte man vorher auch nicht wissen können. Wir sind da auch irgendwie bei geblieben. Einige unserer Firma sagen, er macht immer den gleichen Mist in der Story. Ich kann ihn jetzt schon nicht mehr sehen. Aber es kommt irgendwie an. Im Ausland sind Amerika oder so, die haben eine andere Art von Humor. In England beispielsweise haben sie sehr viel schwarzen Humor. So ein Monty Python und so. Ja, das ist irgendwie doch schon was anderes als das, was wir machen. Und da haben wir uns diesmal überlegt, so okay, wir machen humoristische Dialoge. Und die müssen dann irgendwie auch rübergetragen werden ins Englische oder in die entsprechenden Sprachen. Und da haben wir uns jemanden gesucht, den Andrew Walsh, der hat sich das angesehen und hat dann entsprechend mit seinem Team zusammen die Dialoge nochmal dahingehend überarbeitet, dass er Witze eingebaut hat und dann entsprechende Archetypen von Charakteren halt entsprechend seinem Publikum, englischsprachiges Publikum dann angepasst hat. Und ja, wir haben uns das dann angesehen, das Ergebnis, fanden wir auch sehr witzig, aber es ist schon sehr strange für uns. Also wenn wir das machen müssten, wenn wir jetzt für den ausländischen oder internationalen Markt so witzige Dialoge schreiben, für die ist was anderes witzig als für uns. Und naja gut, diesmal haben wir es halt so gemacht. Damals hatten wir es so, wir haben es tatsächlich eins zu eins übersetzen lassen in der Gothic-Reihe damals. Und ja, das kam mäßig an und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das jetzt so. Und das hoffen wir, dass das dann auch zu schock findet. Eine der lustigsten Sachen, an die ich mich erinnere in der ganzen Geschichte von Piranha Bytes, das waren die Sprachaufnahmen für Gothic 1. Ich habe zu der Zeit in Frankfurt die Sprachregie gemacht und wir hatten die Stimmen ausgesucht. Ich hatte sämtliche Stimmen aus dem ganzen Katalogprobe gehört und hätte mir die härtesten und pärnigsten rausgesucht. Speziell Gothic 1 war ja seinerzeit ein Spiel, was in einem Knast spielte und dementsprechend mussten das alles raue Burschen sein. Stimme Nummer 6 war besonders kernig. Und wir kamen rein, an dem Tag, wo die Stimme Nummer 6 dran war, so ein riesiger, dicker Typ mit Glatze und so eine Stirn. Und ich dachte, hallo. Ich dachte mir nur, wow, okay, alles klar, geh mal rein. Jetzt musst du die ganzen AI-Kommentare ablesen. Also das sind so Situationen, wenn dein Leben bedroht wird oder wenn du jemanden angreifst. Also musst du richtig schön Stress in die Stimme legen, zum Beispiel, ich mach dich fertig, du Schwein. Ich mach dich fertig, du Schwein. Okay, das probieren wir nochmal. Ich mach dich fertig, du Schwein. Ich mach dich fertig, du Schwein. Nein. Okay, warte, warte, Pause, Pause. Ich habe ihn rausgeholt und dann stand er da, du, wenn ich nicht gut genug bin für die Rolle, dann könnte ja auch jemand anders casten. So ein riesen Typ. Und ich dachte mir nur, nee, das geht nicht so, wir hatten noch keine Zeit mehr, wir mussten jetzt fertig werden. Und so wurden ja schon sämtliche Geldhänge zugedreht. Und dann habe ich den Typen geärgert. Dann habe ich den gepokt und den Finger immer im Bauch so, stell dir mal vor, vor dir steht so ein kleiner Wicht wie ich, habe ich gesagt. Und der ärgert dich die ganze Zeit so. Und dann sagst du, hau ab oder ich hau dir aufs Maul. Und dann habe ich den so lange geärgert, bis er sich wirklich total reingesteigert hat und zu mir gesagt hat, hau ab oder ich hau dir aufs Maul. Und dann habe ich gesagt, geh in die Kabine und der Take war drin. Das war super. Das war sehr geil. Wir haben unsere Arbeit und unseren Workflow dahingehend verbessert, dass wir tatsächlich eine relativ stressfreie Goldmasterphase hatten. Das heißt also, dass wir am Ende tatsächlich mit acht Stundentage einigermaßen ausgekommen sind. Und in kurzer Zeit haben wir sehr viel geschafft und wir sind sehr stolz drauf, oder ich bin auch sehr stolz drauf, dass das dann tatsächlich dazu geführt hat, dass es so rund geworden ist. Dass man wirklich jede Ecke und Kante gefunden hat, die einen selber gestört hat und die dann wegmachen konnte. Und wir haben wirklich noch genug Zeit hatten dafür. Und das ist schon ein gutes Spiel geworden. Das finde ich schon toll. Ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, nach der ganzen Zeit immer noch selbstständig zu bleiben. Viele Entwickler hängen direkt an Publishern dran und haben vielleicht auch nicht mehr so die Wahl, die Geschichten zu erzählen, die sie erzählen wollen. Und wir haben natürlich vor allen Dingen haben wir das den Fans zu verdanken, weil wenn es nicht genug Leute geben würde, die sich dafür interessieren, was wir machen, dann könnten wir es nicht tun. Aber dass wir dazu in der Lage sind, das freut mich doch sehr. Deswegen komme ich an den meisten Tagen gerne zur Arbeit. RISEN